Willkommen zurück ihr kleine Nobis! Boah! Mit dem guten Ich-Natz-Dich-LP. Boah, moin! Bayerwald-LP. Und Mahlzeit! Und MG muss mit. Gute Nacht! Gute Nacht meine lieben Leute. Okay, ist er mal überhaupt drin? Hier. Was? Hier müssen wir hin? Ja komm, irgendwelchen... Gläuch ich bin fast tot. Ja, ich auch. Ja, wir haben alle nur halben Lebensbalken gehabt. Vor der Aufnahme schon. So... Ja, ja. Da wo die Totenköpfe sind, da wo die Totenköpfe sind. Das ist der Weg. Annake. Oh, ich bin ein Haubesnüsschen, yeah! Du bist ein Haubesnüsschen, yeah! Vielleicht hast ja im Moment noch ein Paar, weil die verstecken sind. Weil es gibt ja verschiedene Heiltränke. Oh, gib ihm Saures. Ich will aber was Süßes. Du bist ein Tauben Nüsschen, yeah. Wir alle sind Tauben Nüsschen, yeah. Taube, Taube, Taube Nüsschen, yeah. Es geht mit dir los. Jetzt geht's los. Boah, kurz bevor, dass ich gestorben bin, habe ich noch ein Level abgekriegt, dass mein Lebensbalken wieder voll ist. Seid ihr alle schon Level ab, oder was? Ich bin immer noch kein Level ab. Oh, ein Heiltrank. Ich habe auch grad ein paar Heiltrank. Ich verstehe nicht, wie das hier mit den Level-Ups geregelt ist. Der Schurke. Und nach, äh... Äh, da ist was aufgewacht. Ja, ja, ich glaube zu sehen. Ja. Äh, Elsa. Ich habe schon betäubt. Mich hat auch grad was betäubt. Hahahaha. So, ich bin mal mit drin hier im Fight. Ich hab auch schon was betäubt, ja, ja. Nein. Immer Alkohol beim Aufnehmen. Ei, ei, ei. Was soll denn der will? Ja, 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 ja. Fritz, gut. Bin tot, bin tot, bin tot, bin tot. Bin 3, 2, 1, bin ich tot. 3, 2, 1, ich bin 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 tot. Du dienst ja immer noch, halt die Klappe. Guck mal mein Leben an, der füllt sich wieder. Dank des, äh, roten, was ich um mich herum habe. Oh, ich schnetzle hier die nächste Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann! Was ist denn der Rote? Bleib halt mal stehen. Ich bin der Rote. Holy fucking! Also für die Entwickler von diesem Spiel, äh, ich würde mir ganz gerne mal wünschen, ähm, dass angezeigt, äh, dass die Gegenstände unten, die auf dem Brunnen liegen, angezeigt werden. Per, äh, Namensschild oder sowas. Das wäre schön, ja? Ja. Vielleicht können wir es ja in den Optionen einstellen. Nur, wer hat sich die Optionen schon von uns angeguckt? Äh, normalerweise müsste sowas da eigentlich, wie sich da, da sein. Wo ist der? Was ist er? Tot ist er? Ah, tot. Ich glaube wir sind jetzt einmal rumgelaufen, oder? Wartet mal, wo müssen wir jetzt hin? Hier sind Kisten. Wow. Hier überall. Ach, da hinten müssen wir lang, Leute. Da hinten müssen wir lang. Da verstecken sich Heiltränke drin, die müssen wir kaputt machen. So, ich renne Lobios hinterher. Ja, ich glaube da hat ein Peil. Das erste Mal in seinem Leben, dass er Peil hat. Äh, glaube ich nicht. Peil sein, ne? Ja. In der Hose. Ich habe das für ein Gerücht, dass der Peil hat. König Julius, wer greift den gerade an? So. Ich glaube ich. Ich habe ihn gerade an. Ja, und ich bin dabei. So. Alter, wieso lässt sich... Hier ist übrigens ein Halsch rein und noch irgendwas. Overdrive oder so ein Käse. Ne, Overdrive ist ja gelb. Äh. Da. Doppelter Schaden. Doppelter Schaden. Ah, doppelter Schaden. Ist fast besser als Overdrive, ne? Da, drauf hier. Stierb, Junge. Und krieg nicht weg hier. Da, zum Glück habe ich ihn ab und an mal gecritet. Alter, was ist denn hier los? Wahnsinn. Alter, leck mich doch hart am Gümmel. Volk... Volkstreffen, der leckt mich am A... Leckt mich am A... Boah, hier sind noch ein paar Eiskugeln. Ja, die sind hier schon wieder am Werkeln. Wer hat hier Eis bestählt? Ich. Adrenalin-Injektion habe ich bekommen. So, ich nehme einfach mal den Heilschrank mit. Ich mache jetzt erstmal mein Level weiter. Boomerang, selten. Da, 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 da. Ein schildender Boomerang. Hm. Da. Ich habe eine Leila-Karte gekriegt. Oh, Arschloch! Ich habe da was gepullt. Hast du's gepullt? Ja, aus Versehen. Dann machen wir's kurz weg. Ich glaube, da müssen wir sogar lang. Können wir da hoch? Ja, hier ist ein Checkpoint. Ja, komm schon die nächsten vier. Ich glaube, hier müssen wir sogar lang. Auf sie mit Gebrüll! Nee, ohne Gebrüll bitte, sonst ist so laut im TS. So leuchtet der... Jaaaau! So. Ist verpassen. Ja, hier müssen wir sogar lang. Hier müssen wir sogar lang. Von der Sense. Er lebt noch in irgendeiner Richtung. Ah, da ist er. Ah, da vorne. Die Saftnase teleportiert sich andauern. Ist er jetzt da hoch? Nein, er lebt noch. So, jetzt ist er so. Der versteckt sich auch zwischen uns drin. Leute, hier lang! Richtig assi. Oh, ja. Hier sind wir richtig. Oh, ja. Hier ist ein Haufen Zeug. Hier ist auch um wieder ein Gelber. Ja, hier hinter uns bohren auch wieder jede Menge. Oh, super. Wieder hinterhaltmäßig. Immer diese Hinterhalte. Das finde ich aber hinterhältig. Jetzt müssen wir gleich hin und rüber die Brücke und dann sind wir fast da glaube ich. Ja, da oben steht aber noch ein Haufen Zeug. Hier, ein Sniper mehr oder weniger. Erstmal den betäuben. Kritten. Ja, gut dann. Tod ist er. Ich wollte dir grad helfen. Ja, kam eigentlich relativ gut allein klar. Ich weiß nicht, ist da oben noch eine Kiste oder sowas? Ich hab hier nichts gefunden. Keine Ahnung. Ja, Lovius, ich helf dir mal ein Stück. Jo. Das sind jetzt andere Gegner wieder, aber das sind wieder nur so kugelmäßig Dinger. Ja, ja. Oh, aber andere Kugeln. Das ist... Keine Ahnung. Boah! Alter! Hat dich die Kugel jetzt weggefickt? Nee. Irgendwas hat mir richtig Hot Damage gemacht. Irgendwas hat richtig reingedrückt in meinen Bauch. Ja, hier ist ja irgendwie ein Schemper. Hat dich ja weggefickt, ne? Ja, okay. Da, erstmal betäuben. Ach, da liegt ein Lobius am Klo. Ja, der wollte einfach mal... Ich will nicht respawnen und bin gleich tot. Ich warte noch. Nein, Spaß. In die Schockwelle dürft man nicht rein. Uh, nochmal heilen. Gerade noch rechtzeitig. Oh, jetzt kommen diese Kugeln. Jetzt sind die down. Jetzt mach ich die jetzt. Mach ich die! Ja. Mim Saures, komm auf die Fresse! Aufs Maul! Ja, ich geh mal in den Distanzschuss über. Der macht den Schaden, der Kollege. Ja, vor allem wenn man nah dran steht. Der kommt gleich nochmal, ne? Meiner, 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 meiner! Der ist tot! Gold! 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 Tot ist er! Gold! Und ein Hammer hab ich bekommen! Einen Halt dran hab ich gefunden! Tanzende Schwertes Bären! Was du für tanzende Sachen immer kriegst! Ach komm! Wieso steht da einfach mal ein Halsch rein? Aber jetzt haben wir ihn gefunden, ne? Gibt's da hinten doch was? Gibt's da hinten doch was? Ne, da hinten! Ne, da hinten! Müssen wir nicht rein! Weißt du? Da ist ein Kreuz drauf! Da ist kein Nix drauf! Du musst doch den Sumpf prügeln! Müssen wir das nicht immer! Boah! Wie die schon wieder Damage machen, ne? Tada! Aber die zerplatzen voll leicht, die Kugel! Ja! Ich hab nochmal Regeneration! Ich hab nochmal Regeneration! Ich hab ne Blitzbombe bekommen! Cool! Du hast ne Blitzbombe bekommen! Na ja! Ne Blitzbombe für den Blitzmerker! Ja! Da geht's rein! Jo! Und rein! Wir sind drin! Finde einen Weg in die Villa! Ja! Es gibt nur einen Weg, würde ich sagen! Naja! Meistens so! Und wenn nicht, geht's halt außen rum! Oder durch die Kanalisation! Aber da war man in dem Spiel schon! Man muss eigentlich in den meisten, ja, solchen Spielen einmal in die Kanalisation! Ja! Hab ich zumindest das Gefähr.. äh, das dumpfe Gefühl, ne? Jetzt ist deine Ecke, der kommt doch nicht mehr raus! Denen haben wir eine Ecke! Das sagst jetzt du! Aber den haben wir nicht in der Ecke! Ne! Ich denke wir müssen hier runter! Da ist schon ein Totenkopf hier! Ja! Der kommt doch da unten rum! Achso! Weißer! Golden! Oh yeah! Ich wechsle auf die Schusswaffe! Den kriegen wir gar nicht so! Der muss erstmal da rauskommen! Ja! Der muss sich immer bewegen! Dann frisst der ein bisschen mehr Damage! Weil so hat er nur eine Defense von 75 und wenn er sich verkapselt von über 200 Abgehauen! Nach unten! Drückt jetzt bloß nicht F! 475 hat er da! Drückt jetzt bloß nicht F! Zeit für Herausforderung! Hier lang! Da vorne schon wieder ein Kreuz! Da ist doppelter Schaden! Da ist doppelter Schaden! Doppelter Schaden! Doppelter Schaden! Danke! Danke! Bin unterwegs zum doppelten Schaden! Mache ich doppelten Schaden! Ja! Doppelter Schaden ist ab und an nicht so verkehrt! Du triffst mich nicht du kleiner Lutscher! Hier wo er droht ist! Da schwirrt er rum! Da! Ja ich sehn! Der wird heftig hier! Ach du Scheiße! Er hat ne Karte! Dämonische Gerechtigkeit! Oh yeah! Zwei von den Viechern! Boah der hat mich umge... Push! Immer zwischendurch mit meinem Karteseilung einfach mal heilen! Ja dann ist der zweite eigentlich kein Thema ne! Ich hab ne weiße Farbe bekommen! Da ist noch einer! Vorsicht! Ach das ist der! Ich hab Slow Mo! Ja du bist gern mal langsam unterwegs! Ich bin langsam im Kommen! Ihhh! Ha der ist im Arsch! Ihhh! Ich hab ne Zeitblase! Ne Zeitblase! Ich hab auch ne Zeitblase! Die selten ist! Was machst du übrig von dem? Nö! Spinni! Bitte! Sind das hier diese explizierenden Scheißviecher? Oh guckt euch das an! Ja! Ja! Nein! So ich hab sie mal betäubt! Boah krass! Slow Mo! Slow Mo Action hier! Ja! Komm schon! Wir sind wilde Bästchen sind wir! Jetzt ist die Spinne da runter gefallen! Wirklich! Ist echt da runter? Um dich hier platz zu hauen! Ja! Mach genau das gleich wie hier mit dem Vorschlaghammer! Ich schieß mal runter! Ja mach das! Ah die ist futsch! Trotzdem müssen wir sie ein bisschen hier aufhalten! Nicht dass der zu dir gleich wieder durchkommt! Ne? Hier oben gehts weiter! Ja ja ja! Wir sind schon irgendwo im Wald! Oh Spinne! Spinne! Irgendwo allein in Mexiko! uterheimische Musik Allein aunt in Mexiko! Lch 2 Wenn du���st dich da her... Oh ich hör was! Hörst du auch was? Ja Lobius der versucht zu singen und es kann man nicht, was er es nicht kann. Halt die Fresse! Okay. Kommst du hier hoch? Ohne Scheiß, das nervt gewaltig. Ach da oben war was. Er kommt hier hoch zu mir, können wir ein bisschen Unterstützung brauchen. Kiste, wir müssen da irgendwie hochkommen. Ich bin noch hier oben. Ich bin noch hier oben. Ah da! Ich seh sie. Von der Wand kann ich nicht abspringen. Von irgendeiner Wand muss man abspringen. Den habe ich jetzt zerbummt. Den kleinen Lutscher. Ah warte, vom Baum weg. Jetzt lutsche ich dich noch weg Mädchen. Ne, geht nicht. Der war zu weit weg der Baum. Versuchen wir das mal von Lobius Position aus. Wo wollt ihr denn hin? Ach da! Ja ich hab die Kiste, ich hab die Kiste, ich hab die Kiste. Ihr wolltet ja nicht mitkommen. Ne, wieso denn? Wir sind keine Nachläufer. Ihr seid aber Nachmacher. So, bin da. Ah scheiße! Kiste, du bist da nicht gesprungen oder? Ich glaub wir müssen hier drüben wieder. Ich glaub wir müssen hier wieder. Volle Knäcke. Aber nicht als Einziger. Irgendjemand ist auch noch mit dir herunter. Ne, wir müssen ja wieder runter. Weil ich die Kiste schon habe. Wir müssen ja wieder runter. So ist ja nicht Bayer. So ist es ja nicht. Also wir müssen irgendwie in die Gegner laufen. Wir hätten also nicht vorbei laufen können. Eigentlich müssen wir da hoch. Oh Natsa hat wieder mal Stress gefunden. Wo ist die Kiste? Immer. Ja, wir haben nur den Gegner hier getötet. Wir warten halt auf Bayer. Genau. Der ist doch da. Schließt sich wieder an. Weiter gehts. Da ist ein Checkpoint. Jetzt sind wir drin. Wir sind drin. Oh shit. Klop, klop. Hallo. Ich bin da. Hilfe. Ja, hinter uns ist ein Haufen Zeug. Aber ich mach hier lieber in der Mitte Damage. Erstmal vorne. Ja, in der Mitte ist besser. Weil ich da noch ein bisschen gecleared habe. Ah, scheiße. Krampf im Bein. Krampf im Bein. Krampf im Bein. Ja, ich spiel mit dem ganzen Körper. Ach so. Nein, tu das nicht. Nein, tu das nicht. Ja, ich bin gestorben, weil ich den Arsch am Wickel hatte. Du hattest den Arsch am Wickel? Ja. Tu Armer. Bist du aktiv... Was denn los? Oh fuck. Ja, weil der Checkpoint sich irgendwie nicht aktiviert. Ja, vielleicht weil die Gegner noch nicht tot sind. Es ist er tot. Oder er ist schon aktiviert. Ja, wenn nicht, dann ist er halt nicht aktiviert. Diamant rar. Was habe ich noch gekriegt? Hammer des Fuchses. Hopp. Wir haben immer eingefroren den Burschen. Leute. Ja, sauber Junge. Boah. Nicht im Strahl stehen. Nicht im gelben Strahl stehen. Da wird man einfach nur angepisst. Alter, das wird immer härter, ne? Ich habe auch ungefähr irgendwie... Das kommt mir irgendwie aus diesem Garten hier bekannt vor. Die Aufmachung. Ach das Vieh lebe immer noch. Alter, das gibt es ja nicht. Und von weit entfernt werden wir schon behakt. Ja, behagelt. Weiß es. Ja und dann verpisst es sich. Weiß es ne Kiste? Die Kiste ist vom Himmel gefallen. Ja und ich bin fast tot. Ja das ist ja egal. Ach danke. Ich renne da rein MG. Ich mach das. Ja. Ich mach das. Ich sterbe für dich. Ich sterbe für dich. Jetzt. Hier sind übrigens noch zwei solche Flatterviecher. Ich sterbe für dich. Ich sterbe wirklich für dich. Ja warte. Ich mach erstmal die zwei vor der Tür hier. Ich versuch's zumindest wenn ich nicht sterbe. Oh, geht schon. Das war mal wieder knapp. Kurz vorm Tode entrand. Hier vorne ist wieder Overdrive. Und dann könnt ihr hier. Aber laut irgendwas umsonst hier. Ah ich bin tot. Rein in die Massen. Rein in die Massen. Und rumfliegen. Flieg Lobius. Einfach mal die Hälfte der Gegner auf dem Weg hinweg stehen gelassen. Weil egal. Wir haben doch alle geklärt. Außer dir jetzt hier. Ja hier. Hier sind wieder vier gespawnt bei mir gerade. Achso ihr seid einmal rumgegangen oder wie. Ja. Respawn. Bin auch wieder da. Oh das ist auch futsch. Sind alle futsch. Und jetzt noch die hier vorne. Ah. Easy going. Ja zu viert laufen die auch schon einfache hier. So finde die. Oh verdammte Axt. Ich hab gar nicht mehr so viel Heiltränke. Ich bin fast down. Also. Was das angeht. Ich hab 16 Stück. Das reicht mehr als. Grandios würde ich sagen. 2.000 Damage. 2.000 Damage. Boah. Endlich. Wir sind drin. Beschlagenes Rapier. Los. Ah. Hier. Da dran schnell. Doppelter Schaden. So. Hab ich. Dann greifen wir an. So. Komm. Ah. So. Puh. Level up. Wieder. Mhm. So. Ruhig Lobios. Nochmal. Sammeln. Ach. Ich bin tot. Ja. Dachte ich mir. Was mit deiner Hand hier rum zu machen. Ja ihr zwei Spacken. Jetzt hol ich euch nen Arsch. Weibliegen. Alter. Wie viel kommen da denn noch. Alter. Ich seh das. Ist doch nicht mehr. Es ist doch nicht mehr. Es ist nicht mehr lustig hier. Respawn. Zumindest ist hier so ein Kleingesocks ab und an noch. Dass es wie man critten kann. Weil sonst würde ich hier echt hart auf den Sack kriegen. Oh. Hoch errutet. Erotische Sense hab ich bekommen. Oder irgendwie so. Oh. Erotische Sense. Hättest du wohl gerne. Hoch errotische Sense. So ne Taschenmuschi als Sense. Nee die hat nen ganz langen Stab. Da hat noch wer anders nen ganz langen Stab. Mhm. So. Äh wir dürfen uns dann wieder mal ne Ecke suchen wo es n bisschen ruhiger hier zu geht. Wollte ich nur mal. Wollte mich auch. Interessieren. Ich bin nämlich fast tot. Nicht durch das Tor bitte. Komm mal betäubt. Hier ist doppelter Schaden nochmal. Ja Lobios geh zurück. Ich hab gesagt nicht durch das Tor. Achso. Das Tor meinst du. Komm mal rüber hier wieder. Hallo. Ja. Dann bleiben wir halt in dem Raum. Ja. Bessere Idee. In den Raum bleiben. Er boxt mich schon wieder. Okay. Okay. Wartet bevor wir weiter laufen. Regeneration. Können wir das in der Pause machen. Ja. Können wir machen. Das können wir in der Pause machen würde ich sagen. Stimmt. Äh wir bedanken uns fürs Zusehen. War wieder eine sehr schöne Folge mit den Jungs hier. Die natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.